Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Damals brachten sie eine Ehebrecherin zu Jesus und wollten sie vor seinen Augen steinigen. Dies sind so wie heute die Hater- und Hasskommentatoren in den sozialen Netzwerken. Beide wissen anscheinend genau, was richtig und was falsch ist. Und sie gehen in ihrem Urteil bis ans Äußerste, damals wie heute wollen sie ihr Opfer vernichten. Manchmal wird diese Geschichte so vorgelesen wie viele andere Geschichten auch. Dann tut sie nicht weh und bleibt weit weg. Mir geht das Ganze ganz nah, denn ich bin manchmal selber wie so eine Ehebrecherin. Ich tue auch Dinge, die nicht richtig sind. Vielleicht habe ich nur Glück, dass sie mich bisher nicht erwischt haben. Ich bin aber auch wie die Hasser. Ich nehme manche Steine in die Hand, um sie zu werfen und bin in meinem vernichtenden Urteil über andere manchmal gnadenlos. Jesus vergibt uns beiden. Wenn ich ihn anschaue, erkenne ich, wie mich mein Hass entstellt und ich erschrecke über meine Gewalttätigkeit. Und weil ich das nicht sein will, lasse ich den Stein fallen und gehe weg aus dieser Situation. Und wenn Jesus mich anschaut, sieht er nicht den Gesetzesübertreter, sondern mich als Mensch. Und der hat in seinen Augen nichts als die Liebe Gottes verdient. Und der hat in seinen Augen nichts als die Liebe Gottes verdient. Untertitelung des ZDF, 2020